Ein Hesel ist ja ganz cool, aber dann hast du ja kaputt gemacht und jetzt vertrinken wir hier jetzt, ne? Bis wir mal ankommen nach einer drei Kilometer Fahrt, ey. Wir fahren schon eine Dreiviertelstunde hier rum, ey. So, wo war jetzt schon ein Problem? Ich hab hier eine. Hey, ich bin Stufe 6. Da lebt doch noch einer. Ja, einer. Ey, fahren wir jetzt einfach mit dem Auto weg, bitte. Kommen wir hier so ein paar Label machen, dann können wir auch die Socken runternehmen, ja? Cool, ne grüne Weste hab ich gekriegt. Kommen wir da oben, nimm mal Predice. Boah, Alter, die kommt nicht hier hoch, die... Alter, Fotz, ey. Ey, ich komm da nicht hoch, man! Was tut die? Pfeffer! Volltreffer! ich wollte ihn gerade töten ich muss nur gerade den sniper das ist eine kiste ja die kann doch nix hier oh informationen gibt es ja alles tot hier zwei mal waffen ziele nehmen wir bitte das auto mit oh scheiße ich bin abgestürzt ich würde sagen ich würde sagen den buggy der fährt sich cool so welches ziel müssen wir zu nehmen das rechte oder linke 3 km ich sehe es nicht im buggy das würde einfach zufällig das ist ja ganz cool aber ja dann hast du ja kaputt gemacht und jetzt ertrinken wir hier jetzt ne hauptsache schnell noch wasser nachfüllen ey ich häng fest man scheiße kannst du das auto sprengen wo ich hänge ich kann hier nicht weg ich kann nicht mal schießen ich komme hier nicht weg einer deiner verbündeten ist außergewicht ja genau was kommt hier ich kann hier nicht weg bitteschön wir müssen da haben hier liegt ein gewehr hier liegt ein gewehr ja genau ja genau da wir müssten wieder hochkommen ja mach ich doch gar nicht da ist noch eine kiste egal man ne warte mal hier sind informationen auch noch ne 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 lecker jetzt Geh jetzt. Halt dich mal, du wirst mich verwundet. Hab ich gerade. Ja, super. Die kommt den Berg nicht hoch, Mann. So fette See. Nimm bitte ein Auto jetzt. Nee, ich mach kein Auto. Oh, bitte. Was denn? Ich hab immer fast keine Dinge. Wie heißt's? Ausdauer. Ich würde jetzt auch mal gerne in meine Fähigkeitspunkte verteilen. Ja, mach doch. Drei Stücke. Was mache ich denn? Zwei Fertigkeitspunkte. Rüsten sich zusätzliche Vorteile aus, um ihren Spielsteats zu verbessern. What the fuck? Diesen Effekt. Plus 25 Meter automatische Markierung. Plus 80 Tarnungwendigkeit. Freie nicht. Drohnenumgebung rein. Ferngestellter Keter. War ja nicht. Tempo klettern. Ah, Tempo klettern. Hört sich gut an. Oh, falschen Knopf drückt. Verkauf. Was ist das hier? Da kann man was herstellen beim Biwak. Bewegungstempo. Ja, Mann. Ausdauer kosten. Ja, Mann. Jetzt kann ich hier rennen wie ein junger Gott. Oh, wo bist du? Ich bin hier unten. Wo ist so ein Auto? Ne. Hier ist kein Auto. Ein Feind. Warte mal, ich kann hier... Rüsten Sie einen Vorteil aus, den Sie im Fertigseizbohnen freigeschaltet haben. Anstürmen. 10% Bewegungstempo. Ja, Mann. Hast du das auch gemacht? Ja, ne. Weiß nicht, wie das geht, gell? Ich hab mich da noch gar nicht so durchgeguckt. Okay, dann drück mal Touchpad. Und dann gehst du auf Ausrüstung. Also Bewaffnung. Ja. Und dann siehst du doch da oben dein Level, Ausstattungsstufe. Und daneben ist so 3, so 1, 2 Schlösser und eins daneben kein Schloss. Ja. Und da kannst du was rein tun, wo kein Schloss ist. Ja, hab ich. Ja, leck mich im Arsch mal. Ich hab jede Menge Kopfdeckungen. Level 39. Ich hab die Scheiße hier noch verkauft, ne? Kommst du, es kommt nämlich ein Auto, Mau. Ja, die sind wir zweimal vor, oder? Ja. Eins geht nicht. Nein, der Flieger kommt. Der kriegt mich nicht. Und wenn doch bist du am Arsch. Der kriegt mich nicht. Ich hol jetzt das Auto da vorne. Ich hab lieber nur den Deck. Nein. Ich hab' da drin. Ich lege mich hin und so. Nein. Der fliegt an mir vorbei. Da vorne ist ein Auto. Das nehmen wir jetzt, okay? Wo? Du bist vielleicht 1000 Kilometer von mir entfernt, ey. Ich komm, warte. Leider hat man nur drauf und schlafen. Oba, 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 oba. Oba, oba, oba. Oba, 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 oba. Ich will wissen, wo die sind. Oba, 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 oba. Boah, leck mich doch, Mann. Irgendwie ist das hier gerade voll verpackt. Ja. Wo bist du? Ich geh zu dem Auto. Wo bist du? Ja, du bist einfach vorgelaufen. Ich hab' mal vorgefahren. Ich hatte ja keinen Motorrad. Der Feind ist abgehauen. Lass sie nicht entkommen. Kommst du? Warte. Da kommen nämlich schon wieder Gegner. Ja. Der hat Palava gemacht. Du, ey. Wie Palava. Ja, ja. Ja. Boah, steig doch einfach hin. Das ist schwule Autor. Scheiße. Alter, was geht hier ab, Mann? Hahahaha. 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 Geht mal dann mal um. Warte mal, hier ist ne Kiste. Scheiße auf die Kiste. Hahahaha. Das ist ne große, Mann. Die hol ich mir. Die kommen immer wieder. Ne, die nicht. Doch. Ich weiß. Boah, ne Sniper, ne neue. Was? Fahre mal mit dem Boot fällen, jetzt. Nein, wir fahren jetzt hier mit dem Auto weiter. Ach stimmt, wir haben nur noch 1,7 Kilometer. Ja, ich fahre. Da, bis wir mal ankommen, nach ne 3 Kilometer Fahrt, ey. Wir fahren jetzt schon ne dreiviertel Stunde hier rum, ey. Hahahaha. Die Freaks, Alter, was geht. Schalten sie den Funker aus. Oh, schalten sie den Funker aus. Hahahaha. 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 Das war ein Stengel, Alter, das war nicht mein Baum. Boah, Stufe 80, Gefahrenzone, Alter, was passiert hier? Komm, den Berg nicht hoch, Mann. Boah, shit, das war verpackt, die Scheiße, Mann. Hahahaha. 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 Warum macht die Kacke aus, Mann? Hey, ich muss jetzt echt ne Scheiße, Alter. Hahahaha. 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 F*** die Kacke an, Mann. Hahahaha. Hahahaha. Eih, Scheiße, Alter, das Auto fährt nicht. Hahahaha. F*** die Kacke, ey. Hahahaha. Hahahaha. Nichts. Hahahaha. Mach die Kacke aus. Hahahaha. Hahahaha. Die sind wieder runtergeholt. Oh fuck. Ey, der könnte da nie hochfahren, Mann, ich schwör. Ey, komm, das laufen mal. Ich spät mir gleich. Geil, da komm ich nie hoch. Ja, obwohl. Das haben's schon cool gemacht, gell? Dazu komm ich hier nicht hoch. Ich komm nicht mehr weiter, Mann. Den linken Stick rein. Oh, was meinst du, was ich mach? Ja. Da sind wir uns special auf der Karte markiert. Ich? Hab nix. Guck mal, der ist von außen posten. Sollen wir hier einen hin? Nee. Lass uns doch einfach jetzt die Mission machen. Wie weit ist der weg, der Einzel-Posten? Ja, jetzt machen wir das mal einen hin. Wie bitte? Mal gucken. Ich mach mir erst mal das ein und hoffen, dass es dann hier vorbei ist. Nicht mehr drei Kilometer. Zwei Stunden später. Wie, 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 wie. Wie, wie, wie. Uli, mich sieht irgendwas. Ja, der hier. Jetzt hat er mich schon gesehen. Sind Piloten schwarz geknallt? Nö. Nö. Ich renne. Der Pilot ist tot. Dürfte nicht mehr viel passieren hier. Gut so. Willst du jetzt ein Danke oder was? Wir sind angekommen. Ich glaub's nicht. Ui. Wir waren hier. Ja, wir haben hier ganz ein anderes Problem. Was ist die? Tausend Feinde. Kisten-Termin-Tischen. Boah, was sind das für Gegner? Level 44. Ich bin Level 7. Du bist aber gut. Guck mal mal. Ey, die packe ich nicht, äh. Klar. Mhm. Was sind die denn die Schütteln? Nein. Du, was für Gegner. Sind die bei dir auch rot? Klar. Ach, vergieß es, Alter. Können wir jetzt. Warten wir. Automatisierter Geschützturm. Eine Maschine, die ihre direkte Sichtlinie verteidigt. Da ist eine blaue Waffenkiste. Siehst du? Darum ist er zu unterschätzen. Wow, wir werden...